Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 26.200 US-Dollar. Inflationsdaten sind vorbei. Heute stehen auch nochmal wichtige Daten für uns an, die Bewegung reinbringen könnten. Trotzdem gestern ein eher komischer Move von den Märkten. Dafür, dass die Inflationsdaten so ausgefallen sind, auch die Kernrate und so, werden wir uns das gleich nochmal im Detail angucken. Natürlich auch mal einen ganz kurzen Blick auf die traditionellen Märkte auch mal ganz kurz werfen, bevor wir jedoch starten und wie auch im Endeffekt wir jetzt unsere Trades planen, weil ich habe hier noch ein, zwei Punkte auf jeden Fall im Blick, die ich mir vorstellen könnte. Das werden wir uns auf jeden Fall jetzt im heutigen Update-Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst den Video wie immer gerne schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und auch gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf News wie hier oder Updates etc. pp. und auch Signale, wenn da was kommt, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung, natürlich komplett for free. Und weil ich mich verpflichtet fühle, denkt immer dran, macht eure Steuer. Ich nutze dafür Cointracking, Link dazu auch unter der Videobeschreibung, kriegt ihr weiterhin 10%. Schaut euch das auf jeden Fall gerne mal an, macht eure Steuer, weil es ist verdammt wichtig und die Frist läuft aus in den nächsten Wochen, je nachdem, ob ihr einen Steuerberater habt oder nicht. Also schaut euch das gerne an. Ansonsten gibt es auch noch auf dem Kanal einerseits einen Haufen Short-Videos zu eurer Steuererklärung und auch ein Video mit Cointracking. Also ich habe damit meine Pflicht erfüllt für euch. So, und da würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, 26.200 US-Dollar traden wir derzeit. Wir haben gestern für die Inflationsdaten, die wir bekommen haben, und die schauen wir uns das nochmal ganz kurz an. Wir hatten eine Kernrate von 0,3%, also höher als prognostiziert. Und dann auch noch die normale Inflationsrate von 3,7%, auch höher als prognostiziert. Dafür haben sich die Kryptomärkte sehr, sehr wenig bewegt. Ganz im Gegenteil, wir haben sogar fast nochmal das Hoch von Dienstag angetestet, wurden hier oben aber rejected, also haben nicht ganz die Liquidität hier drüber abgegrast, was mich ein bisschen gewundert hat. Und seitdem laufen wir hier etwas seitwärts. Spannender hingegen sind im Endeffekt die Stock-Indizes, die deutlich Fahrt zugelegt haben. Der Dollar eher mit der Seitwärtsphase hat auch noch nicht unsere Position hier oben abgeholt. SPX auch eher Seitwärtsphase. Und dann haben wir gestern auch noch eine kleine Long-Position bei Gold im Livestream live aufgemacht. Auch hier derzeit kaum Bewegung. Also es blickt heute wahrscheinlich sehr, sehr viel nochmal auf diese Daten, die uns heute im Laufe des Tages noch erwarten. Gehe ich gleich nochmal drauf an. Jetzt erstmal kurz die Analyse. 26.200 US-Dollar derzeit. Wir haben momentan weiterhin unser großes Cluster hier unten bei 25.500, wo unser Golden Pocket liegt. Und auch eben diese Ineffizienz. Jetzt haben wir Donnerstag. Und ihr wisst, normalerweise kommt der Kurs Richtung Donnerstag, Freitag genau dahin zurück, wo er im Endeffekt gestartet hat. Und das würde bedeuten, Psy-Low, Psy-High, das sind die Zonen. Rechne aber eher so mit dem Psy-Low, weil im Endeffekt genau da auch derzeit unser Golden Pocket liegt. Dieses würde bei 25.734 US-Dollar liegen. Somit haben wir hier im Endeffekt die meisten Überschneidungen. Das Problem an der ganzen Sache ist, wir hätten einen Stop-Loss, den wir setzen müssten, unter unser letztes Tief. Und das würde 2,3% bedeuten. 2,3% minus bei einem Dreierhebel sind auch 7%, die wir hier im Endeffekt aufopfern müssten für einen potenziellen Move. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal ganz kurz an, den ich zumindest mal bis knapp 27.000 US-Dollar erwarten könnte. Das heißt, wir wären hier bei 5%. Also wir haben einen Risk von 2,3%. Das wäre hier 1 zu 2 oder 2 zu 1, je nachdem. Ich blicke das nie so ganz. Ist aber egal. Auf jeden Fall ist das CRV jetzt nicht wirklich grandios in diesem Bereich. Natürlich, wenn wir hier doch Richtung 28k gehen sollten, dann sieht das Ganze schon wieder komplett anders aus, weil wir hier oben eben auch noch diese Ineffizienz haben. Aber wie gesagt, ich bin momentan, tue ich mir hier etwas schwer. Je nachdem, und ich habe es gestern im Livestream gesagt, welcher Move jetzt eben zuerst kommen sollte, diese Bewegung werden wir mitnehmen. Das heißt für uns, wir machen das Fit-Level hier weg, ich gehe weiterhin davon aus, dass eben hier oben dieser Bereich zwischen 26, 8 und 27k abgeholt wird. Dass wir uns im Endeffekt hier irgendwo diesen Short mitnehmen, und dann haben wir jeglichen Spielraum. Sollte dann eben von hier oben diese Abwärtsbewegung folgen, bis hier unten, dann können wir eben einen Long-Hedge aufmachen. Das heißt, wir haben zu dieser Short-Position einen Long offen, und können dann ohne Risiko, weil die Position meistens nur halb so groß ist, eben diesen Long mitnehmen, und dann von mir aus auch bis 28.000, bis zu dieser Ineffizienz, die hier oben noch liegt. Das macht Sinn. Nur wir müssen jetzt abwarten. Ich würde mich wohler fühlen, wenn wir erst diese Position hier oben abholen, anstatt eben hier unten diese Long-Position gleich zu machen. Da bin ich momentan weiterhin eher ein bisschen shortlastiger eingestellt. Das jetzt erstmal dazu. Und dann habe ich ja noch gesagt dazu, es stehen heute noch einige Termine an. Und zwar schauen wir uns das mal ganz kurz an aus den USA. 14.30 Uhr. Wir haben die Folgeanträge, wir haben die Erstanträge, und wir haben die Erzeugerpreise, die wiederum auch wieder Auswirkungen auf die Inflation haben könnten. Und natürlich auch auf die Entscheidung der FED. Nächste Woche ist ja FED-Zinsentscheid. Und für alle Euro etc. Interessierten kommt heute, glaube ich, auch noch der EZB. Ne, kommt nicht. Ich dachte, das ist morgen. Muss ich mal ganz kurz gucken. Ne, okay, Lohnentwicklung. Ne, dachte ich, okay, dass es diese Woche schon kommt, aber da habe ich mich wohl verguckt. Dann kommt nur die USA, die im Endeffekt entscheidend sein sollte. Wir haben nur Spitzen, ah doch, wir haben natürlich heute Spitzen, natürlich Zinssatz EU, sorry, wird heute auch noch bekannt gegeben. 4,5 Prozent. Und das ist für alle Euro interessiert. Ich wusste, heute ist da irgendwas. Also sorry, war ich kurz mal ein bisschen neben der Spur gestanden. Also Euro, Zahlen kommen halt auch, aber die interessieren weniger. Deswegen 14.30 Uhr, Blick auf die USA. Und sollte eben diese Bewegung zuerst kommen, dass wir hochgehen, werde ich Safety Short reinknallen, um dann im Endeffekt hier unten die Long-Position gegen zu hatchen und dann die Bewegung nach oben hin mitzunehmen. Also das steht heute an. Viel Bewegung, hoffe ich, dass heute mal stattfindet, nachdem gestern Inflationsdaten jetzt nicht den erhofften Move gebracht haben. Trotzdem warten wir erst einmal ab. Schauen wir uns Ethereum an, wie sieht es dort derzeit aus? Also im Endeffekt die Bewegung erst einmal so nicht stattgefunden. Also grundsätzlich ja, wir haben unsere Bewegung nach oben hinbekommen. Das ist alles schön und gut. Aber wir haben halt hier unten nicht diese Position abgeholt. Deswegen müssen wir das jetzt erstmal hier wieder wegmachen. Wir haben hier, wer die Krypto-Guru-Analyse gestern von mir gelesen hat, wir haben kein höheres hochgebildet, wir sind hier auch noch deutlich bearischer unterwegs als bei Bitcoin. Das ist der Grund, warum ich auch derzeit überhaupt nicht interessiert daran bin, irgendwie hier Ethereum zu handeln. Weder Long, weder Short. Ein Short würde meiner Meinung nach erst Sinn machen, wenn wir hier oben diese Ineffizienz bei ungefähr 1.695 US-Dollar schließen. Und das könnte theoretisch der Fall sein, sollten wir bei Bitcoin die 27k knacken. Dann ist es eine Möglichkeit, auch wenn es schon ein sehr erheblicher Move wäre, wir gehen hier von 5% aus, wenn wir das jetzt nochmal Bitcoin gegenüberstellen, einfach nur mal prozentual, welchen Move wir machen müssten, um auf 27k zu kommen, wären wir bei 3,5% circa. Also Ethereum müsste hier Bitcoin minimal outperformen, dann wäre das eine Möglichkeit, glaube ich aber derzeit noch nicht. Aber wie gesagt, das ist einfach hier oben unsere Short-Möglichkeit, die ich derzeit sehe, 1.695 US-Dollar, daran hat sich nichts geändert und damit müssen wir jetzt erst einmal leben. Ansonsten tut sich, wie gesagt, sehr, sehr wenig in den Stockmärkten, relativ bullish, beziehungsweise komischerweise bullish. Gold, wie gesagt, sind wir momentan in einem Long drin. Euro habe ich mich dagegen entschieden, hier irgendwas derzeit zu handeln. Da müssen wir abwarten, was die Europäische Zentralbank jetzt heute sagt. Ich finde diese ganze Bodenbildung irgendwie ein bisschen skeptisch und dadurch, dass wir die Inflationsdaten bekommen haben und damit rechnen müssen, dass die FED doch nochmal einen Schritt macht, gehe ich weiterhin von einem stärkeren DXY aus, was den Euro natürlich nochmal etwas nach unten drücken würde. Gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren reinschreiben. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen. Wir hören uns dann spätestens morgen früh zu einem Update wieder. Ansonsten wünsche ich euch einen guten und schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.